Setz die und dann kannst du nochmal die Größe separat einstellen. Also die Differenz, die Entfernung meine ich. Äh, Entfernung und Höhe. Okay. Ja, cool. Da ist ein violetter Strahl. Wollen wir den looten? Ja komm, lass uns mal gucken. Das gibt's ja nicht. Der kommt doch gerade runter, so wie es aussieht. Ja. Das ist teuer. Äh, das ist hier Sumpf, oder? Juh. Hm. Böse Falle. Boah, du gehst ja runter, das ist okay. Vielen Dank, ja. Ich baue übrigens mal so ein oder zwei... Ein oder zwei. Schränke. Ja, das ist gut. Wenn du das so sagst, dann habe ich gleich 20 Schränke. Also... Ja... Erhöhe nochmal ein bisschen. Aber hier aber jetzt erst nochmal, bis es ist... Ah nee, das Ding ist ja fast rum, okay. Erhöhe die Zahl erstmal nochmal ein bisschen. Noch ein bisschen. Richtig? Nee, 45. Gott. Schaut ganz gechillt aus. Oh, hier schaut's ganz ruhig aus, dann lass mich mal doch runter. Der Rex und die Skorpione beunruhigen dich nicht, also. Wo hast du die denn gesehen? Unter uns. Unter uns. Ach. Nehmt die mit. Ah, da ist kein Problem für Lossi. Ich lass sie mal runter. Hallo, da ist... Ich wollte gerade sagen, da ist ein Trike. Wieso hält sich das Trike? Komisches Trike. Schau mal hinter dich. Die Trikes haben sich verändert in letzter Zeit. Ach, da meinst du? Da, ja, warte kurz. Ja, da. Das hinter uns. Bleib mal kurz. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ja, ja, ja. Kein Thema. Im Warten. Alles mit der Ruhe. Ich nehme mir doch mal die 3. Okay, jetzt kriege ich ihn wieder nicht mehr. Jetzt hätte ich doch hier tatsächlich einen Rex gelegt, aber egal. Ähm, kannst du da hinten rumfliegen? Wo die Trikes sind, die beiden. Warte mal, mal gucken, was die mit dem Rex jetzt anstellen. Achso, der geht darauf zu, ja? Da ist noch ein, ja, da ist noch ein Trike. Da sind jetzt zwei Trikes und ein Stego mit ihm zugange. Okay. Vielleicht erledigt sich das Thema Rex. Gleich von selbst. Verbluten tut er schon. Ich würde hier jetzt auch ungern runterspringen, weil ich glaube, dann bin ich kaputt. Nee, also Rex hat aktuell die besseren Karten. Joa, Rex hat die besseren Karten. Wo ist er denn jetzt? Links von uns. Okay, warte kurz. Jetzt kannst du mich ein bisschen in Position bringen, am wenigsten schlafen. Halt, ich bin auf dem Flügel irgendwie. Nicht jetzt wegfliegen. Beweg mich nicht, nee, nee. Okay, jetzt kannst du mal ein bisschen rumfliegen. Obachte schon, was du treibst. Jetzt kannst du mich so ein bisschen in Schussposition bringen, dann lege ich mich im Schlafen. Der ist direkt am, der ist direkt am, der ist direkt am Strahl. Geh, warte. Das geht grad wieder. Der haut ab, der haut ab. Dann lande mal ganz kurz. Geh, ich geh runter. Boah, jetzt bugge ich hier. Hallo? Okay, ein Aufsatz und eine Subprint für eine Metallfoundation. Okay, du darfst dann wieder. Ja, das haben wir doch geschafft. Was ordentliches drin, wenigstens. Ja, es war hier so ein Zielfernrohr für eine Longneck und Metallblueprint Foundation. Okay, okay, okay. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, immerhin. Nichts Überragendes, aber... Ja, es ist aber in Ordnung. Da haben wir schon Schlechteres gehabt, oder? Ja, auf jeden Fall. Da haben wir schon Schlechteres. No-Collision-Mod hast du übrigens vergessen. Gut, die No-Collision-Mod. In der Auflistung. Gut, die Bridge ist auch so. Also wir haben die No-Collision-Mod auch noch dabei. Ja, sehr schön. Aber nichtsdestotrotz, du kannst mit mir weiterfliegen, Deadman. Ich muss mal einmal ganz kurz ein Päuschen einlegen. Ich bin dann aber gleich wieder da. Jo. No-Collision-Mod. Bis zum nächsten Mal. 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 Landest du hier gerade zwischen, oder? Lande mal eben zwischen. Hier ist aber ordentlich Metall, oder? Ja, aber hier sind doch ordentlich Raptoren. Ja, warte mal kurz. Links von uns. Ordentlich Raptoren. Kannst du mal stehen? Okay, nee, so kriege ich den nicht. Keine Chance. Hast du ihn? Hast du ihn, oder was? Jo. Hier angepickt. Sehr schön. Was ist denn hier los? Hier ist ja Prime-Party hoch 10. Ja. Laufendes Prime-Meat. Ja. Laufendes Prime-Meat. Aber ich habe den Raptoren. Aber ich habe den Raptor trotzdem nicht mehr dran. Aber ich habe den Raptor trotzdem nicht mehr dran. Den hättest du nur noch mitnehmen können nach oben. Kleiner Ortswechsel hätte ihm vielleicht ganz gut getan. Ja, dass die sich beruhigen können. Ja, dass er sich beruhigen wäre. Ja. Geht dir die Luft aus, oder was ist denn jetzt? nö ich wollte nur mal schauen weil das da aus wie den eingang ist das strahlend ist ja immer ordentlich was dreht im roten strahl ist ja immer ordentlich ruhige ecke ist ja lass mich einfach runter ich probier mal hier sind hier sind schon wieder ameisen und alles praktisch sind dafür stimmt jetzt auch die bodenpersonal wo ist das denn das sehen wir gleich roter strahl ja alles ruhig hier ja dann gehe ich jetzt mal runter und noch ein bisschen zeit also dann lass mal ich muss ja auch mal ein bisschen hier wie die beine vertreten ich gehe ins licht er ist angekommen ok blueprints einmal für einen sattel metall found ceiling und laser attachment ja immerhin ich bin wieder runter gefallen irgendwie warum auch immer nicht falsch wieder runter du stehst falsch irgendwie schubst mich runter wie vorhin jetzt wandert besser jetzt warte kurz eh komm ok so ist das wieder neu so nun weiter geht's könnte eigentlich auch eigentlich einen zweiten sitz gebrauchen der kitzel ja ja das ist weißt du ich verstehe das nicht so ein kleiner pipifax galimimus der trägt drei redrick drei so ein riesen vier euro pass einer drauf so am besten so an den flügeln wäre das noch geil so oben man weißt du bist zwar ein bisschen in bewegung gewartet ja doch geil oder so unten drunter hängt so ein korb was ist hier vor uns los eine flugshow ja das sieht so aus oder ja als würden die die ziehen in den süden jetzt zu kalt hier so weiter ausschauen ja das hoffen wir auch mal dass wir bei tag vielleicht ein bisschen mehr glück haben schlafen das wärs das wär schön ein wenig mehr glück bei tag das würde durchaus ja ich hoffe es wird gerade wieder tag ja ich hab's gemerkt da ist auch wieder ein wasserfall ne das ist der wo wir vorhin schon waren ist der das ne bei dem wo wir waren da war ein fluss dran oder ach der öffnet sich jetzt ok bei mir sah es jetzt gerade aus als wenn da eine grasse nahe der fluss meinst du den fluss ja genau den ah ok das sah jetzt gerade von oben ein wenig anders aus also ich glaube nicht dass der noch hier in diesem bereich ich meine wirklich der ist da vorne weiter sonst gibt ihn da hinten die ecke ja 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 ja